Mein Name ist Bernd Schlagel, ich bin Projektleiter bei der BUWOG und verantwortlich für die Kompashäuser, die wir hier im Zeitraum von 2018 bis 2020 errichtet haben. Mein Name ist Oliver Löhr, Verkaufsberater bei der BUWOG Bauträgergesellschaft und mit zuständig für den Verkauf unserer Anlage 52 Grad Nord in Berlin-Grünau. Die Kompashäuser haben natürlich immer einen Wasserbezug, der für das Gesamtquartier 52 Grad Nord gilt. Zwei bis vier Zimmerwohnungen in den Größen von 80 bis 120 Quadratmetern mit einer nachhaltigen Bauweise, in dem Fall Holzhybrid. Die Anlage zeichnet sich besonders dadurch aus, dass wir vier Häuser haben, die alle einander zugewandt sind, mit sehr großen Balkonen und eigenen Privatgärten. bis zum nächsten Mal.